War ich nicht schnell genug? Jetzt müssen wir Strom irgendwie kriegen. Hatten wir nicht irgendwas für Strom? Wir müssen einfach die Strom irgendwas jedes Mal aktivieren. Und dann müssen wir was aktivieren? Was mussten wir mit dem... Ach, das ist da oben. Wir haben hier verschiedene Türme, aber ich weiß nicht mehr, wie man die aktivierte. Du musst dich elektrifizieren. Ach so. Gebt der die Elektrifizierung ab teilweise? Probier mal. Ja. Umfährt hoch. Hier in die Wand. Ach. Ich muss hier wieder hochklettern. Oh, der Erste ist wieder aus. Mach den Ersten wieder an. Ich bin schon dabei. Ach, was du schon? Okay, sehr gut. Sehr gut. Wie heißt das Gebäude in Manhattan? Das, wo die Ghostbusters drinnen... Das, wo die Ghostbusters drinnen... Der Trump Tower? Ja. Und hier ist eine Stator. Ich habe eine Stator. Weißt du überhaupt wer Arschgaul ist? Nein. Das ist die... Das ist das Diamantenpferd von Handsome Jack. Möchtest du mitführen? Was ist denn hin? Ich bin da hinten gekommen. Ja. Was will ich hier planen? Ich bin da hinten gekommen. Das will ich hier planen. Wuuuuhuuu. Gewollt. Ähm. Jep. Gut. Ich bin happy sein, Warte. Hallo. Weeeeee. Weeeeee. Jep. Okay. Ähm. Da oben ist ein... Guck mal da hin. Oh, hier ist noch eine Schanze. Hatschi. Äh. Nee. Hier ist eine Wasserrutsche. Schanzen zählten für uns beide, ne? Ja. Hatschi. Gesundheit. Okay. Gilt die für dich? Äh. Nur wenn ich mitfahre, du Pflaume. Na, schön. Jumpen sind beide, ja. Na toll, ich habe jetzt die Statue verpasst wegen dir. Welche Statue denn? Die bei mir. Ah, die. Ah, sieh. Hm. Es ist aber auch noch eine. Ah, die. Wie konnte man tauchen? Konnte man einfach tauchen? Wenn du tief abtauchst, ja. Also rein springst. Hier in der Mitte des Pools ist auch noch eine Statue. Ähm. Gibt's hier irgendwo irgendwas, wo man hoch springen kann? Warum? Du kannst einfach aus... Wenn du in die Mitte springst, funktioniert's. Wenn du von außen in die Mitte springst, funktioniert's. Gibt's so blöd dafür? Rose, du bist wirklich. Ach, da. Huiii. So. Wir sind hier auf dieser Insel. Was haben wir denn hier auf dieser Insel? Effektiv nichts mehr. Und noch ein Event? Zwei von Fragezeichen-Events haben wir schon abgeschlossen. Gesammelte Ziegengegenstände. Acht von neunzehn. 37... 37 Star-Touren? Uh, herzlich willkommen in Dystopia. Was? Dystopia? Hm. Was geht's? Ich bin hier in Dystopia. Okay. Ich soll hier hochlaufen. Also ungefähr da, wo du bist. Lauf ich grad hin. Oh, hier ist irgendwo ne Band, wie es aussieht. Ja, bei mir. Ich bin Teil der Band. Ah. Teil der Band. Teil der Crew. Oh. Gott, you're a young man. Die Band hat nen geilen Namen. Au. Wie verwendest du das Objekt? Mit F? Ah. Siehst du wie die Band heißt? Ähm. Alumina. Ja, Alumina. Und hat das, das sieht aus wie das Logo von Metallica. Oh. Metallica ist... Oh, hier ist noch ein Outfit. Hier ist noch ein Outfit. Oh. Oh. Hell, Tony. Ah. Nee. Shit. Au. Du kannst die Luft gehackt. So. Oh Gott. Ich kann nicht mehr fliegen. Stimmt. Ich hab eine Fliege nicht mehr. King of the hill. Du bist da so? Wo war das mit Y? Was war das mit Y? No. Yeah. Bleib im Bereich, um die Krone zu gewinnen. Warte mal, wer gewinnen wird. Du. Das letzte Mal hast du, glaube ich, hast gewonnen. Siehste? Au. Ich komme nicht hoch. Aua. Au. Du triffst mich auch, wenn ich nicht... Au. Au. Du hast gewonnen, siehste? Ja, mit einem Punkt. Oh, der Herr hat nicht hoch genug gewonnen. Der hat gerade von dem Vollidioten verfolgt. Eins, zwei, eins. Ich wieder kann nicht mit. Ja, fliegt jetzt auch. Du musstest doch bestimmt noch ein paar Dings geben. Ich schreit auch gerade hier, es schreit danach, dass hier irgendwas ist. Ich brauche mal die Musik weg. Wird die auch mal weggemacht. Ich will meine Fädenflüge. Ja, meine Fäden. Guck mal, guck mal, wie schön ich bin. Guck mal, wie schön ich bin. Oh Gott. Du kannst mich auch Katafi nennen. Nein. Prinzessin Katafi. Uh, gib mir Feuer. Uh, hier kann ich das, äh, löschte ich mit Wasser. Juhu. Hab wieder eins geschafft. Oh. Tanze auf dem Rave. Oh, was war tanzen? Boring, wöckeln, tanzen. Das ist ja aber kein Rave. Nee. Geh mit einem Date ins Kino. Wo war das Kino? Wie man in das Kino mitnehmen sollen. Können wir. Das war irgendwo hier um der Ecke, war das. Das war, das war ein bisschen weiter weg. Ich glaube, das war hier. Ja, das ist ein bisschen weiter weg. Das müssen wir noch machen. Ich bin schon auf dem Weg. Das war wieder viel zu langsam. Netz. Find's lustig, wie die Welt sich unten aufbaut. Ich auf den Decken schurde. Klingeln. Ich ziehe, äh, butts in my Mitte auf dem Bildschirm. Äh, ich... Hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Ja, schön. La, 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 la. Komm mit. Das Kino dahinten, wo ich das markiert habe? Äh... Äh... Warte mal. Wo ist deine Markierung? Ja, die ist sogar exakt on point. Ah, ich bin so gut. Erreiche den höchsten Punkt von Goldsburg. Wo ist der höchste Punkt? Bei dem, wo ist... Goldsburg ist ja das gesamte Ding, oder? Nee, ist bloß das hier. Das heißt, das wäre die Kugel, oder? Gibt es einen höheren Punkt als die Kugel? Äh, ich glaube nicht. Auf der Kugel waren wir aber doch schon mal. Waren wir oben drauf? Ja. Weil ich kann es noch mal probieren, aber... Ist das Kunst, oder kann das... Hast du das gerade gemacht? Offensichtlich. Ich glaube, das ist alles weg. Das kann alles weg. Oh, ich bin gefangen. Oh nein, ich bin festgenommen. Oh nein, Katja, bitte nicht. Das ist doch so... Gefährlich, festgenommen zu werden. Die haben wir sofort wieder gefesselt. Goldball sucks. Erreiche den höchsten Punkt. Oh, hat schon hier auch funktioniert. Dankeschön. Aber wir waren hier oben schon. Was, die Leute, die in der Sonne baden, im Meer baden? Äh... Ist das auch hier? Ja, das ist am Strand, da wo wir eine Sandburg bauen sollen. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Ah, da hinten. Habe ich schon markiert. Ja, aber da komme ich nicht hin. Warum nicht? Ich bin so schlecht. Ich bin nicht so gut wie du. Ich fliege auch los. Mal nebenbei. Ähm... Was waren denn die... Das war der Kopf, glaube ich. Ne, waren die Hasenohren. Äh... Das war der Kopf, glaube ich. Oh mein Gott. Ja. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. wenn sonnen wir müssen einmal wir müssen einmal mit sand film und ein bisschen einmal mit sand wir mussten einmal finden und dann musst du den sandhaufen gehen das sind keine sandhaufen das sind sandbogen gemälde gewesen ja ja ich habe hier etwas entdeckt rettungsring ich habe dich rettungsring genannt in ihr ein land streiche zum friseur hier ist eine statur umgleich hinten ganz hinten in einem schwimmenden container stehen wieder einmal hatte ich habe die idee ich habe landstreicher gefunden weißt du wo ein friseur ist zu friseur ich dachte zum baden maybe maybe was guck mal zu mir ich habe die größte sandtruck gebaut die ich kann und da geht es rein ist dann das ist jetzt die us-mec mess ja das ist das das 2 bis sonntags dann 2 da kommen noch leute verteidige verteidige geil das ist so gut das unten oben hinter dir hinter dir hinter dir wie lange müssen wir es verteidigen die können aber durch die welt gehen so gut ist an 28 war das eine geile map ich habe nie gespielt ich bin kein ich bin kein shooter fan das ist nichts hier die ist doch egal das ist counter strike so da hinten ist jetzt irgendwo noch eine schwimmende kiste genau und da ist der ist ein gummibärchen drin genau so und jetzt suchen wir einen friseur und da tun wir einen streich und dafür und da tun wir dich dann rein ach ja ich habe jetzt keine flügelchen mehr hast mir doch mal meine fühle ich ihn wieder du kannst dir eine arche kaufen die haben wir schon ich habe die arche nicht ich bin die offensichtlich mal irgendwann die kauft also hier haben wir keinen hier auch nicht hier waren wir auch schon mal drin suchen friseur haben sie ein frisier gesehen ein wolf im schafspelst der jetzt die gespielt ich bin hier irgendwo im hintergrund hier ist ein atm hier haben wir einen pawnshop ich habe einen pawnshop gefunden ich habe einen pawnshop gefunden dafür bin ich auch den friseur und hier haben wir noch mal ein komischer das ist ein frisier ich bin hier nicht zufrieden war es bei dir in real life? ja lebst du noch? ich habe nämlich einen rave gefunden blountry dann geh doch mal auf den rave und tanz da eine runde warum? ich bin schon auf dem weg rennen renen renen rein rind 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 dafür gibt es einen rote Grundrhat gensam rave Ich schmutschle mit einem Wal. Nein.